Durch diesen Winter gemeinsam. Ist meine Wohnung sicher? In dieser Podcast-Reihe mit Norbert Kortlüke und wechselnden Gesprächspartnern wollen wir Einblicke gewähren und Antworten geben. Antworten auf die Fragen, die Sie und ich an unsere Stadtverwaltung haben. Ich bin Frank Mignon, Moderator, Musiker und Kolumnist. Ich bin Manfred Wagner, der Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar. Ich bin Norbert Kortlüke, Hauptamtlicher Stadtrat und Aufsichtsratsvorsitzender der EMBAK. Ja, lieber Manfred, lieber Norbert, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und wir sagen heute du zueinander, weil wir das sonst auch tun, also behalten wir das auch heute bei. Es sind herausfordernde Zeiten für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, aber auch für die Leute, die in der Stadt Verantwortung tragen. Ja, Manfred, vielleicht die erste Frage an dich, wie empfindest du diese Zeit jetzt? Ja, Klopp-Frank, du hast es eben gesagt, ich empfinde es als eine herausfordernde Zeit. Eine Zeit, die sich anschließt an die Pandemie, die wir überwunden glaubten, aber sie ist ja immer noch da. Wir haben aktuell sehr hohe Inzidenzwerte und das Ganze wird überlagert durch den Konflikt, den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine und die Folgen daraus. Das ist natürlich sehr herausfordernd, weil Menschen viele Fragen haben und diese Fragen natürlich an ihr Rathaus, an ihre Stadtverwaltung stellen und auch viele Dinge, die sich tagtäglich ändern, Antworten danach wollen. Und natürlich, wir sind die ersten Ansprechpartner und wir versuchen auch dann Antworten zu geben und dort, wo wir können, auch Konzepte zu entwickeln. Wie ist das? Man sagt immer, wir fahren alle auf Sicht, ihr fahrt auch in der Verwaltung stellenweise auf Sicht. Wie ist das, wenn man sich jeden Tag auf etwas Neues einstellen muss und gleich den ganzen Apparat bewegen muss? Das ist so. Ich meine, wir haben das in der Vergangenheit ja erlebt, von daher haben wir eine gewisse Übung, aber immer wieder neu, immer wieder herausfordernd, weil Rechtsrahmen sich verändert, weil sich auch Geschehnisse in der Welt verändern, auf die wir reagieren müssen. Und deswegen ist jeder Tag immer wieder von Überraschungen geprägt. Ja, Norbert, dein Arbeitsbereich berührt ja gleich in mehreren Teilen momentan krisenrelevante Segmente, unter anderem natürlich deiner Tätigkeit im NWAC-Aufsichtsrat, deine Tätigkeit als Umweltstadtrat. Was waren deine Gedanken, als dir klar wurde, jetzt kommt eine Energiekrise auf uns zu? Also die Energiekrise haben wir ja schon lange. Und die berührt sich ja aus meinem Fachbereich heraus aus dem Thema Klimaschutz und Klimaanpassung, die wir bearbeiten müssen. Diese Form von Energiekrise, die wir jetzt haben, ist aber eine andere, weil es geht darum letztendlich, wie können wir unsere Menschen mit Energie versorgen? Ist es Strom, egal wie er erzeugt wird? Ist es Wärme? Ist es Gas? Wir wissen nicht, wenn wir keinen Strom haben, haben wir auch keine ordentliche Wasserversorgung. Ja, wie organisieren die jetzt solche Dinge? Das ist eine andere Form der Energiekrise, die wir jetzt derzeit haben, auf der wir uns auch eigentlich tagtäglich einstellen. Ja, vielleicht damit die Menschen, die uns zuhören, das verstehen. Du bist im NWAC-Aufsichtsrat. Was macht man, wenn man als Stadtrat in einem Aufsichtsrat eines Energieversorgers ist? Naja, wir haben zum Beispiel die unangenehme Aufgabe, da die Energiepreise ansteigen, diese Energiepreise auch an unseren Kundinnen und Kundinnen weiterzugeben. Dazu sind wir teilweise verpflichtet, weil wir auch auf das Wohl des Energieversorgers, der NWAC, achten müssen. Wir dürfen die NWAC nicht überfordern in der Fragestellung der Liquidität an geltlichen Mitteln und deswegen sind wir gefordert. Und diese Frage, wie schnell müssen wir das weitergeben, wird quasi auch dadurch dominiert, dass wir bestimmte Terminsetzungen haben. Also ich nehme mal ein Beispiel, als wir auf die Gasumlage reagiert haben, haben wir montags erfahren, wie die Umlage aussehen soll, haben am Donnerstag noch eine zweite Umlage quasi letztendlich gekriegt. Das Ganze muss dann am Freitag als Preisblatt in der Zeitung veröffentlicht sein. Das kann man nicht mehr im Aufsichtsrat entscheiden. Das entscheidet man dann auf der Ebene der beiden Gesellschafter. Das ist dann Herr Winter von der Tüger, mein Stellvertretender im Aufsichtsratsvorsitz und ich als Aufsichtsratsvorsitzender. Also von daher, die Entscheidungszeiträume sind enorm kurz geworden. Die Strompreisanpassung, die wir zum Beispiel im Sommer gemacht haben, das war eine kurzfristig einberufende Aufsichtsratssitzung mit einer Zeit von drei Tagen Vorlauf. Ja, ich will auch dann ansprechen, dass wir in dieser Reihe natürlich noch verschiedene Themenbereiche berühren. Und gleich hier nochmal die Frage an dich, Manfred. Wie wichtig ist es denn, dass die Politik in diesen Aufsichtsräten vertreten ist, gerade von Gesellschaften, an denen man beteiligt ist? Wir haben das Beispiel Energie ja jetzt hier. Überwacht ihr dann die Tätigkeiten, die die machen oder wie sieht der Aufgabenbereich dann aus? Ja, wir überwachen, wir gestalten aber auch mit diesen Gremien. Also das ist ja nicht nur die Überwachungsaufgabe und das, was Norbert jetzt beschrieben hat, ganz aktuell aus der Enwag, ist ja der eine Teil. Das ist die jetzige Situation, das bestimmt momentan das Leben, die Entscheidungen, die Abstimmung. Aber darüber hinaus ist ja auch die Enwag beispielsweise ein Dienstleister, der sich darum sorgt, erneuerbare Energien dann auch umzusetzen und damit natürlich auch zu einer anderen Form der Energieerzeugung zu kommen. Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge auch in kommunale Hände gehören. Wir haben dankenswerterweise ein kommunal getragenes Krankenhaus. Wir haben dankenswerterweise kommunal bestimmte Wohnungsbaugesellschaften oder ein kommunal geführtes Altenzentrum. Das alleine wird es nicht sein können, aber es braucht, glaube ich, auch schon so ein bisschen was wie Wahlfreiheit. Und ich glaube, wir müssen den Menschen auch solche Angebote machen. Und wenn ich das ergänzen darf, wir als Stadt haben auch die Verantwortung, dafür in das Thema kritische Infrastruktur. Ja, das fängt beim Energieversorger an, bei der Wasserversorgung. Das ist aber auch zum Beispiel der Eigenbetrieb Stadtreinigung mit der Abfallentsorgung. Ja, wir müssen sicherstellen, dass wir für unsere Fahrzeuge auch immer genug Kraftstoff haben, um quasi letztendlich den Müll von der Straße zu kriegen. Ja, also das sind so die ganz konkreten Dinge, wo wir als Stadt, und da sehe ich uns als Magistrat dieser Stadt, und der ist ja politisch besetzt über alle Parteien, eine gemeinsame Verantwortung haben. Ja, wenn man dann den Magistrat mal nimmt, du hast es gerade gesagt, der ist ja durch alle Parteien auch besetzt, wird es dann in solchen Krisenzeiten eher strittiger oder zieht man schneller an einem Strang? Gebt uns doch mal so einen kleinen Einblick, wie das so in Anführungsstrichen hinter den Kulissen dann abläuft. Also ich habe es jetzt so empfunden in der Zeit der Energiekrise, der Gaskrise und der notwendigen Handlungen, die wir machen mussten, dass es ein hohes Maß an Einigkeit dort gab, dass es keine Situation gab, wo man sich gegeneinander profiliert hat. Wir haben ja die Situation gehabt mit den Wärmeinseln, die wir beschafft haben, als ein Beispiel. Das war so, dass wir im Grunde gemerkt haben, der Markt ist leergefegt. Es wird kaum noch Aggregate geben, um dann Wärme zu erzeugen. Es wird kaum noch Notstromaggregate geben, denn ich brauche beides, um dann, wenn ich eine Wärmeinsel betreiben will. Und das war so zeitkritisch, dass ich das erste Mal von der Möglichkeit Gebrauch gemacht habe, als Oberbürgermeister abseits des Magistrates eine entsprechende Vorlage in den Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung zu geben. Daraufhin ist der Beschluss gefasst worden, diese Wärmeinseln, die Aggregate zu beschaffen. Das war aber unter den Kolleginnen und Kollegen unstreitig. Es ist zum einen das Recht eines direkt Gewählten, ja, aber man sollte schon sparsam auch damit umgehen. Und es war kein Punkt, über den wir diskutiert, über den wir gestritten haben. Und es war auch unter den demokratischen Fraktionen klar, dass wir das machen. Und ich habe auch an dem Punkt mit nicht nur meinen Fraktionsvorsitzenden aus der Koalition gesprochen oder den hauptamtlichen Kollegen im Magistrat, die ja dann die Partner repräsentieren, sondern auch mit Michael Hundertmark, um dann auch zu sagen, das ist etwas, was wir jetzt angehen und das wird jetzt in die Gremien gehen. Denn ansonsten hätte man möglicherweise gewusst, es gibt im September Aggregate zu kaufen. Aber weil wir nicht schnell genug waren, haben wir halt im Dezember, wenn es kalt ist, keine. Das finde ich halt sehr wichtig, dass man bei solch elementaren Fragen auch zusammensteht. Und eine Nebenbemerkung, wenn ich auf eine andere Ebene blicke, dann ist es das, was ich momentan vermisse. Auf der Bundesebene würde ich mir wünschen, auch in einer solchen Phase, dass es etwas mehr Gemeinsamkeit gibt und dass man möglicherweise weniger nach dem politischen Tageserfolg dann schielt. Und wir hatten ja in der Republik mal eine Zeit in den 70er Jahren, Terrorismus, RAF. Ich glaube, die Bilder kennen wir, die wir älter sind, noch alle, als Hans-Martin Schleyer entführt war. Und es war Helmut Schmidt, es war Helmut Kohl, es war Franz Josef Strauß, im Wesentlichen Hans-Dietrich Genscher auch noch, die miteinander dort saßen und die Entscheidungen getroffen haben, die zwar am Ende einer zu verantworten hatte, klar, aber wo man gesagt hat, wir stellen ein hohes Maß an Gemeinsamkeit her. Ja, was vielleicht auch wichtig ist, das Haus selbst, also das Rathaus selbst muss ja auch arbeitsfähig bleiben. Manfred, du bist ja auch als Personaldezernent, soweit ich weiß, zuständig. Wie läuft das denn da? Das ist richtig, dass die Sorgen, die Menschen in unserer Stadt haben, für die wir arbeiten, mit denen wir arbeiten, die Sorgen haben natürlich auch unsere Mitarbeitenden, ist ja vollkommen klar. Also die Frage, wird meine Wohnung warm, was muss ich für das Gas bezahlen, was kostet der Strom? Das sind ja Sorgen und Ängste, die auch unsere Mitarbeitenden haben. Und ja, ich glaube, wir beide, Norbert Kortlöcke und ich und die anderen Dezernenten-Kollegen können ja sagen, wir sind durch die Besoldung, die wir erfahren, wahrscheinlich dann auch ganz gut aufgestellt und kommen gut durch diese Zeit. Aber viele andere werden das weniger gut können. Das gilt auch für unsere Mitarbeitenden. Und von daher sind das natürlich auch Sorgen, die von zu Hause mit hierher gebracht werden. Ja, ich kann mich erinnern, dass du in der Hochzeit der Pandemie gesagt hast, ich glaube, es war sogar noch relativ am Anfang, auf die Kritik, dass die Stadtverordnetenversammlung trotzdem getagt hat unter Abstandsbedingungen, dass du gesagt hast, wir wollen zeigen, dass wir genauso wie das Rathaus weiter arbeitsfähig sind. Wie ist es denn jetzt? Wie könnt ihr sicherstellen, dass sowohl das Rathaus als auch die Außenstellen dann jetzt auch in Sachen Energie und Ähnlichem weiter einsatzfähig sind? Ja, wir sind ja an verschiedenen Punkten auch dafür da, dass Menschen, die jetzt noch in eine Notsituation kommen, über all die Dinge, die sich ja gerade auch so verändern, im Wohngeldbereich, in manchen anderen Dingen mehr, dass diese Leistungen gewährt werden. Das ist Aufgabe des öffentlichen Sektors. Norbert Kottlück hat eben angesprochen, wir müssen ja auch funktionieren, wenn ich das in Anführungszeichen sagen darf, um dann auch kritische Infrastruktur am Laufen zu halten, aufrecht zu erhalten. Tun wir das nicht, hat das ja auch wieder Folgen, die wir alle uns nicht vorstellen können. Holen wir keinen Abfall von der Straße, haben wir irgendwann ein Seuchenproblem, das könnte ja daraus entstehen. Deswegen, das muss geordnet weitergehen und dafür sind wir da und deswegen muss das auch in der Krise so sein, auch andere Dinge. Aber ich denke immer, solange wir es können, in der Krise müssen wir auch weiter daran arbeiten, dass Stadt nach der Krise ihre Entwicklungen, die sie haben kann, auch nutzt, also auch dafür vorzubereiten. Und das ist an dem Punkt Zweiklang, den wir da so ein bisschen haben, was wir austarieren müssen, dass beide stattfinden können. Ja, Norbert, muss man sich jetzt eigentlich Gedanken machen, dass aufgrund dieser akuten Krisenbewältigungsaufgaben längerfristige oder größere Ziele eventuell in den Hintergrund treten? Ich darf mal das Stichwort Klimaschutz nennen. Muss da eines hinter dem anderen zurückstehen oder kann man das auch irgendwie in Einklang bringen? Ich glaube, dass man das gut in Einklang bringen kann, aber man muss eventuell Prioritäten verändern. Ich will das an einem ganz konkreten Beispiel benennen. Wir haben ja einen Stab, der sich damit beschäftigt, wie wir quasi letztendlich unsere eigenen Dinge auch umsetzen, Energieeinsparungen und so weiter. Das muss aber vorbereitet werden. Und dafür haben wir einen Arbeitskreis Energie gegründet und haben unser Klimaschutzmanagement zur Geschäftsführung ernannt. Das bedeutet natürlich für die betroffene Person, dass sie in Absprachen mit mir auch eventuell ihre Priorität verändert. Was gesagt wird, die Geschäftsführung des Arbeitskreises Energie hat Vorrang eventuell vor einer Förderantragstellung für ein bestimmtes Klimaanpassungsprojekt. Ja, das haben wir dann auch miteinander vereinbart, auch schriftlich vereinbart, damit er auch für sich eine klare Linie hat, auf die er sich verlassen kann. Ja, das ist wichtig. Klar, vielleicht, wenn man es noch ergänzen darf. Norbert Kortlöcke hat es ja angesprochen, den Arbeitskreis Energie und auch einen Stab. Also wir haben über die Organisationsform, die wir im Rathaus haben mit Dezernatsverantwortung, Norbert, für die Umwelt, für die Energie, für den Mobilitätsbereich, Andreas Viertelhausen als Beispiel für das Bauen, für die Wirtschaftsförderung, eine Stabsorganisation gelegt. Und das heißt, mit Hinweis auf die aktuelle Krisensituation bearbeitet der Stab, der mir berichtet, ausschließlich jetzt dem Oberbürgermeister, konnte diese Themen, die uns angehen. Und dann entscheiden wir auch auf kurzen Wegen. Dort, wo wir Gremien mitnehmen müssen, nehmen wir Gremien mit, selbstverständlich. Aber ansonsten sind die Entscheidungswege kurz. Und auch die Entscheidungen, die aus der Stabsorganisation zu treffen sind, gehen dann der Entscheidung, die ansonsten in der Linienorganisation zu treffen, mehr voran. Ja, ich wage mal die These, in Krisenzeiten können Gesellschaften auseinanderdriften. Sie können aber auch unter Umständen in bestimmten Bereichen durch Bürgersolidarität und durch gegenseitiges Unterstützen zusammenwachsen und vielleicht auch den Zusammenhalt festigen. Deshalb wollen wir jetzt auch mit dieser kleinen Reihe natürlich auch mit verschiedenen Themen zumindest ein bisschen Information geben, was kann die Stadt leisten und wo können die Bürgerinnen und Bürger Hilfe bekommen. Der Aufschlag gehört nochmal dem Oberbürgermeister Manfred. Wie schaust du jetzt in diesen Krisentagen, wir haben ja schon zwei Jahre Krise hinter uns, jetzt die neue, noch härtere Krise, wie schaust du jetzt auf diese Stadt? Ja, ich schaue ein wenig besorgt. Das muss ich zugeben, weil wir ja alle nicht wissen, was kommt auf uns zu und wie tangiert das auch den Einzelnen, die Einzelnen in ihren jeweiligen Möglichkeiten, auch Leben weiter selbst zu gestalten. Es wird Menschen geben, die kommen aufgrund ihrer Situation sicherlich leichter durch diese Zeit als viele andere und wir müssen halt miteinander schauen, dass alle durch diese Zeit gut kommen, dass wir als Stadt selbstverständlich Ansprechpartner für diese Menschen sind dass wir umgekehrt aber nicht jeden Fall, den es gibt, auch lösen können. Auch dafür muss man, glaube ich, um Verständnis bitten und dass auch die Mitarbeitenden, die auch in Zeiten, die herausfordernd sind, ja häufig auch den einen oder anderen Kundenkontakt haben, der aufgrund der Ansprache etwas herausfordernder ist, dass man auch da bitte berücksichtigt, es sind Menschen, es sind in aller Regel Bürgerinnen und Bürger, Mitbürgerinnen aus dieser Stadt, aus dieser Region, die das Beste versuchen, um auch in diesen schwierigen Zeiten Hilfe zu leisten. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass insgesamt vermittelt wird bei all dem. Es wird nicht ohne Einschränkungen für uns alle gehen. Ich glaube, das spüren wir, das nehmen wir wahr, dass es insgesamt gerecht zugeht, dass breitere, stärkere Schultern mehr schultern können und müssen als die schmäleren Schultern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist nicht alleine durch Stadt darstellbar, sondern dazu braucht es auch auf der Ebene von Bund, von Land, möglicherweise EU entsprechende Regelungen. Das ist natürlich etwas, wofür wir auch auf unserer Ebene in kommunalen Spitzenverbänden streiten, arbeiten, uns einbringen. Das wäre mir wichtig, damit Gesellschaft beieinander bleibt, damit wir hier nicht auseinanderdividiert werden und damit wir schauen, dass nicht in solchen Zeiten bei denen die Lösung gesucht wird, die auf herausfordernde Fragen, die einfachen, die ganz platten Antworten haben, sondern dass man einfach wahrnimmt, wir alle haben noch nie eine solche Krise, die wir in der Nachkriegszeit geboren sind, erlebt. Und dafür gibt es keine Blaupause. Das müssen wir miteinander schultern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir in dem Format miteinander informieren, dass wir im Gespräch bleiben und dass es auch weitere Folgen gibt, um über Wohnungswirtschaft, über soziale Themen dann auch zu informieren und zu berichten. Sie möchten informiert werden, sobald unsere nächste Episode erscheint? Dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Durch diesen Winter gemeinsam. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ihr Frank Minion Für den Winter 15 Jahren deste Sommer 1, 3, ja